Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen, Mittwoch, der 29. November 2017. Ihr hört die Geek Talk Daily 257 und ich habe euch heute die folgenden Themen mitgebracht. Suchmaschinenanzeigen, Softbank und Uber, Bitcoin, Gesichtserkennung, WhatsApp-Sprachnachrichten, Honor V10, Airbnb, Faraday Future, 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 wie auch immer. Und Franz, beginnen bei der Suchmaschine, die die meisten Leute nutzen, nicht vertrauen, wie auch immer. Google tut wieder mal was Gutes, denn es gibt hier diese Ticket-Plattformen, die aus dem Boden schießen. Wenn irgendein Konzert von, sagen wir jetzt mal, Künstler X-X-Lohn rausgeht, kaufen die sich jense Tickets auf und verkaufen die dann teurer weiter. Teilweise über Plattformen, teilweise aber auch über separat gemachte Webseiten, die dann Google-mässig sehr gut ranken, weil die natürlich auch genügend Geld in die Werbung investieren. Das will Google in Zukunft unterbinden und gewisse dieser Plattformen müssen, oder gewisse, all diese Plattformen müssen gewisse Dinge unter einhalten, respektive darauf hinweisen, dass zum Beispiel der Ticketpreis oder der Original-Ticketpreis deutlich günstiger ist etc. Also somit, besten Dank Google, in Zukunft können wir wieder zu vernünftigen oder zumindest wissentlich zu viel teureren Preisen Tickets für Konzerte kaufen. Softbank, der japanische Investitionskonzern, der möchte jetzt profitieren davon, dass es Uber nicht so gut geht und richtig stark darin investieren. 14% vom ganzen Uber-Konzern möchten sie sich aneignen. Ist natürlich keine doofe Idee, denn ich denke nicht, dass Uber untergehen wird und oder zumindest sicherlich nicht eine schlechte Investition ist, jetzt wo sie relativ weit unten sind, in Anführungszeichen natürlich. Das Thema Bitcoin hatten wir ja die Woche schon mal in unserem Daily News. Jetzt gibt es neue Neuigkeiten zu dem Erfinder, der Satoshi Nakamoto steht ja hinter der Erfindung des Bitcoin und der soll irgendwie 8 Milliarden Bitcoins rumliegen haben. Jetzt gibt es die neuesten Hinweise von einem ehemaligen Mitarbeiter von SpaceX, dem Tesla oder besser gesagt dem Konzern von Elon Musk. Und der behauptet nämlich, dass Elon Musk derjenige sei, der da seine Finger mit im Spiel hatte. Denn ja, wie viele von euch sicherlich wissen, war er unter anderem auch der Mitbegründer von Paypal und hat auch da schon ein bisschen was umgekrempelt. Ich könnte es, ja wie soll ich sagen, eventuell auch nur geschicktes Marketing, um aktuell ein bisschen von den ganzen Tesla-Geschichten abzulenken. Oder eben vielleicht ist es doch zuzutrauen, wäre es ihm ja eigentlich grundsätzlich. Ich hatte ja diese Woche schon mal, wie gesagt, Bitcoin zum Thema. Da haben sie die 9000er-Grenze überschritten. Mittlerweile, oder ja, ich habe dann auch angekündigt, dass es nicht mehr lange gehen könnte, bis es soweit ist. Und jetzt ist es soweit. Es wurden die 10.000 US-Dollar überstiegen. Gratulation und mal schauen, wie das weitergeht. In Österreich hat Bayer in gewissen Apotheken eine Gesichtserkennung eingebaut. Sprich, wenn der Kunde reingekommen ist, konnte er im Gerät reinschauen, wurde da abgefilmt und ihm wurden dann entsprechend Werbung etc. angezeigt, die passend für ihn ist. Ja, das Ganze kam bei den Österreichern und Österreicherinnen nicht ganz so gut an. Deshalb hat man es sich auch wieder zurückgezogen und die Filmmaterialien dazu gelöscht. Wenn es euch interessiert und oder ihr mehr dazu lesen möchtet, auf daily.geektalk.ch gibt es die ganze Geschichte dazu in einem Link. Dann bei Honor, dem kleinen Unterkonzern von Huawei mit den günstigeren Smartphones, wurde heute Abend, oder besser gesagt, ein Smartphone ein neues vorgestellt. Das V10, wie sich das Ganze nennt, bei den Honor ist meistens so, dass es ja so ein, ja, relativ ebenwürdig der Hardware der Huawei-Geräte ist, aber preislich deutlich günstiger. Und so ist es auch jetzt hier wieder, denn das V10 ist dem Mate Pro sehr ähnlich. Die Mate-Reihe, das ist ja quasi die Phablet-Serie aus dem Hause Huawei. Schöne Specs, der Kirin 970 ist da drin, 6 GB RAM, 64 oder 128 GB Speicherplatz, der nachrüstbar ist im Vergleich zu dem Teil, was Huawei bietet, eben ein Unicum. Und auch bei der Kamera steht das Ganze dem großen Bruder nichts nach. Und preislich liegt das zwischen 4 und 450 Euro, wenn man bedenkt, dass das Huawei Mate 10, jetzt habe ich da den deutschen Preis nicht genau im Kopf, aber der wird um die 700, 800 Euro liegen. Und somit, ja, sehr, sehr interessantes Teil natürlich. Aber auch eben schlankere Struktur etc., das hatten wir auch schon mehrfach in den Newsfolgen vom Geek Talk. Bei Airbnb gibt es eine Neuigkeit, wenn man in Gruppen reist, also mit Freunden, Bekannten zusammenreist, gibt es immer mal, oder kann es, könnte es geben, Unstimmigkeiten, wenn es dann schlussendlich darum geht, demjenigen, der das Ganze gebucht hat, seinen Anteil zu bezahlen. Da hilft jetzt Airbnb aus, man kann jetzt direkt beim Buchen sagen, der, der und der bezahlt mit und dann wird das Ganze aufgeteilt. Hat aber dann natürlich zum Ding, dass die Buchung erst dann gilt oder bestätigt wird, wenn alle Punkte oder alle Personen eingezahlt haben. Also wenn es da einen Spätzahler gibt, gibt es genauso ein Problem. Dann haben nämlich alle keine Wohnung oder kein Zimmer oder was auch immer, könnte es auch doof ausgehen. Aber auf jeden Fall sicherlich ein sehr praktisches neues Feature. Tesla ist ja in aller Munde mit dem Lastwagen, den LKWs, den sie letzte Woche vorgestellt haben, oder vorletzte Woche besser gesagt. Und ja, ein Tesla-Konkurrent hätte ja Faraday Future werden können. Bei denen schaut es aktuell nicht so gut aus, denn die müssen noch in den nächsten Tagen 500 Millionen US-Dollar eintreiben, zusammentreiben, auftreiben, damit es weitergehen kann und sie an ihrem Projekt weiterarbeiten können. Daumen gedrückt halten, denn ja, wie sagt man so schön, Konkurrenz belebt das Geschäft und Tesla würde gute Konkurrenz auch gut tun. Lieben Gruß nach Deutschland und anderen Herstellländern von Autos. Der Franz, das ist ja nicht nur eine Person und der Charakter bei Sissi und, ach nee, andere Geschichte. Auf jeden Fall, Franz ist ja der Multidienst oder Multimessenger-Dienst, so ein Konstrukt, wo ihr unter anderem Slack, WhatsApp, Telegram und so weiter darunter abbilden könnt. Neu ist ja da unter anderem auch Wire mit dabei, deshalb habe ich das Teil wieder ein bisschen mehr in Betrieb. Und jetzt gab es die grosse Neuerung, sprich die Version 5.0 ist auf dem Markt gefallen. Da gibt es nach wie vor das Ganze als kostenlose Nutzung und man kann es mit einem monatlichen Plan von, ich glaube 4 Euro, sich noch Dinge hinzukaufen wie Nutzprofile-Unterstützung, Proxy, VPN-Support etc. Also eine praktische App für all diejenigen, die einen Dschungel haben oder einen Chaos haben in diesem Messenger-Dschungel da draussen, so rum wollte ich sagen. Das waren eigentlich meine News, die ich für heute euch vorbereitet habe. Morgen am Donnerstag bin ich wieder für euch da und ja, ich hoffe, ihr habt einen erfolgreichen Tag. Wir hören uns wieder und bis bald. Euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.